Musik Mein Name ist Michael Jokesch. Ich bin Geschäftsinhaber der Firma Jokesch & Miller. Ich bin seit 15 Jahren selbstständig, beschäftige zurzeit 25 Mitarbeiter. Unser Spektrum ist hauptsächlich Neubau. Wir schaffen in den Regionen Esslingen, Stuttgart. Ich bin im Sanitär- und Heizungsbereich tätig. Wir machen meistens Großprojekte mit ca. 100 Wohnungen. Da bietet uns HILDI einfach die Möglichkeit, die Projekte schnell, sauber abzuwickeln. Wir sind heute da, weil wir heute einige Kernbohrungen haben, die wir durchführen möchten, um einfach eine Lösung zu finden, wobei wir Kernbohrungen herstellen können, ohne dass viel Wasser anfällt oder das Wasser dann gleich abgesaugt wird. Wasser ist für den eingebrachten Boden, wie hier, teilweise im Untergeschoss schon, mit Estrich und Dämmung reines Gift. Die Dämmung sollte dann eigentlich nicht durchfeuchten, weil sonst hat man größere Probleme nachher. Deshalb wollen wir schauen, dass wir heute eine Kernbohrung bekommen, die dann eine optimale Lösung darstellen wird, um das dann auch entsprechend weiter zu empfehlen. Heutzutage ist die große Herausforderung, sauber, effizient und schnell zu arbeiten. Und das ist mit dem neuen System von HILDI WMS möglich. Früher musste man um ein Kernbohrgerät zum Bedienen erst einmal ziemlich lange Schläuche ziehen, meistens sehr, sehr weit, sehr lange Strecken. Und dies entfällt mit dem neuen WMS-System komplett. Das neue WMS-System von HILDI ist einfach zu bedienen und der Bohrschlamm lässt sich problemlos entsorgen. Mein Name ist Milan Geitsch. Ich bin Obermonteur bei der Firma Jokaschenmüller. Also für mich ist wichtig, dass kein Wasser daneben geht, dass keine Verschmutzungen entstehen, dass wir hier sauber, effizient arbeiten, professionell alles durchgeführt wird, dass keine Wasserschäden entstehen. Und dafür ist das WMS-System genau das Richtige. Wenn Sie mich fragen, ist das WMS-System von HILDI für alle SHK-Betriebe super geeignet. Es ist effizient, schnell, kann von einem Mann bedient werden und vor allem sauber. WMS-System von HILDI für alle SHK-Betriebe super geeignet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017